So, dann wollen wir mal zusammen ein privates Match spielen. So, wollen wir mal bis drei runterzählen? Drei, zwei, eins, los. Mit wem bin ich zusammen? Oh nein, finde ich nicht gut, ich bin's Tor. Oh, Leck. Da war euer Leck, ja genau. Ey, ich mag die Lecks nicht. Aber man hat es nicht gesehen. Ich meine, der wiederholen, ey, ich hab voll den Leck am Anfang. Ja, ich hab eben noch einen gehabt. Und wenn man Lecks hat, kann man immer sein eigenes Unvermögen. Nein, 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 und Tor. Weg. Geh in der Luft. Geh weg. Oh Mann, ey. Los, Don. Das gibt's gar nicht, ey. Ich hab den schon wieder nur irgendwo. Ja. Sauber. Ah. Du, fuck. Entweder. Oh, dich. Oh. Ja, 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 ja. So, und schieß. Rein mit dem Ding. Ja. 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 Ich bin so ein anderes Tor geflogen. Ja, ich hab nicht gesehen. Ich hab nicht gesehen. Nee. Oh. Oh, Gott. Ah. Ich bin, ich bin. Sauber Und rein Kein Ton Oh shit, voll vorbei Oh ich Kein Torbo Was von Polacke Wenn mal keiner dazwischen springt und keiner den vorher hat, dann kann man auch mal hinten mal einen Turm machen Aber irgendwie kontinier ich das immer falsch alles irgendwie Aber Chaos ist halt auch echt Chaos Chaos ist halt wirklich, du kannst auch null Taktik versuchen anzuhören Ich fahre an dieser Pille immer vorbei Weißt warum? Man versucht den immer so ganz leicht anzuschneiden, damit er auch in die Richtung fliegt In eine bestimmte Richtung Oh, er kommt doch noch Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Okay Oh, gut Oh, gut Guck mal Guck mal Hat die Balkon von der Ja, ne ach verdammt jetzt hat sich so an ich habe euch noch gedacht ihr kommt jetzt ein innenpfosten hier raus ich versuche seit Anfang des Spiels versuche ich hier so eine Amauanpackung aufzumachen das soll nicht sein Dex einfach in den Mund reinstecken aber du musst Notfalls ist mit Papier oh wenn der andere dran vorbeispringt so geil Warte Oh Dex ne ich fahre aus kein Durbo gehabt die echten Schmerzen von der Explosion hat ich bin ich bin und die ist die zweite und das muss so zwei Sekunden die ist der Verschuldung sein in der Nähe ist er auch noch nicht hat er die Gäste stelle sie sind in der Beschreibung hier uns hier und sie sind so vor er hat er hat das ist ja so die steht steht Nichts, 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 nichts. Das war die Sauglocke. Die Sauglocke vom Grave hat das gemacht. Du musst auch mal. Oh shit, jetzt kommt der mal richtig gut und schnell im Feste rein. Soll halt nicht sein. Oh, da fliegt doch jemand. Oh, daneben. Ich brauche den Boost, ich brauche den Boost, ich muss da hin. Nein! Ey, du spielst dich den Ball sogar noch selber zu hier. Warte. Ich hab nichts gesehen, ey. Ich hab nichts gesehen, ey. Ja, wärst du da nicht gesehen, du hättest mich bald noch rausgekriegt. Hinkommen! Erstmal rauszufressen. Da geht rein. Nein! Jetzt aber. Aber ich hab bei 6 verhindert. Der wäre sogar noch reingegangen, weil der sich so gedreht hat. Aber? Wer hat eigentlich den Pfeilrückzieher gemacht? Akuma? Ich. Unser. Ich hab so einen leichten Rechtsdreff. Noch mal! Noch mal! Noch mal! Noch mal! Noch mal! Noch mal! Ich hab's nicht gesehen! Echt mal! War da was? Banner? Siegespannern. Das hab ich auch... Okay, noch zwei Spiele und dann ist das Gelbe. Das hast du vor allen Spielen auch gesagt. Ja, ich hab's auch. Sexy Nein! Okay. Warte, 10 wieder zurück. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Rockstorm. Du bist. Du musst. Du musst. Oh Gott, ich hab die Beine nicht bekommen. Du hast gemerkt. Taktik. Mann! Ich steh den Weg hier! Da kommt der Grave. Ich wusste, dass der kommt. Deswegen hab ich nochmal nachgedutscht. Aber ich flieg immer noch. Und er fliegt noch lange. Oh no! Ich hab kein Turbo! Bring ihn rein, bring ihn rein, Baby! Bring ihn rein! Bring ihn! Shit, bitte nicht! Oh! Oh, verdammt! Oh! Oh! Nein! Bloß nicht! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein, ich... falsche Richtung! Oh, ich hasse Ballkamera! Ich will sie nicht! Ich mag sie nicht! Ich will sie nicht! Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Die Ballkamera! Ja! Lass... Wex! Dich hasse ich langsam auch! Ich kurz Pause und muss mir in die Nae kratzen. Jetzt kommt... Keine... Keine Bewege sich mehr. Ich hab kein Boost! Nein! Ich bin ruhig wieder raus, Rief. Ich spinne hier! Schreckt doch nichts! Ja! Das ist dein Ding! Tor! Hehehehe! Ach... Yes! Irgendwie nicht mein Schach, glaub ich. So richtig von hinten geknallt erstmal. Die Skyline im Hintergrund. Hab ich noch gar nicht mitbekommen. Du musst. Du musst... Jetzt tun! Landen, 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 landen! Sauber! Nein, daneben! Warte um zu, bring sie rein! Ah, du Sackchen! Ah! Scheiße, ey! Da geht rein, ja! Genau das wollte ich irgendwie vermeiden, ey! So eine Scheiß-Tual! Mann! Junge! Junge! Junge Mädchen, Junge Mädchen, Junge Mädchen! Hat Spaß gemacht mit mir da hinzuspielen! Ja! Du musst... Ja! Ab hier! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Alles gut! Mist! Verdammte Acker! Oh oh oh! Oh oh oh! Schön! Dann hast du es uns selber vorgelegt, oder? Mhm! Ja! Ich hab's nicht selber gemacht! Ach, komm! Mit Höhepunkt! Oh! Oh! Wie es explodiert ist, ey! Sechs! Höhepunkt! Oh! Oh! Ich bin zehnmal weg sind! Wie ist denn... Oh! Ich bin ein Zeichen-Kopf. Ich bin ein Zeichen-Kopf! Das muss ich einspielen! Auch so... Ich bin ein Zeichen-Kopf. Ich bin ein Zeichen-Kopf! Ja! Ich bin ein Zeichen-Kopf! Er ist Carlos-Kopf! Ich bin ein Zeichen-Kopf! Er ist... Ehhh... Er ist... Oh, das ist dein Ding! Nein! Was hast du denn da gemacht, Akuma? Ja, ich hab keine Ahnung. Bin da vorbeigefahren, bin ich zurück, dann wollte ich wieder weg und dann war Kacke. Aber warte, jetzt gibt es hier drei Dinger rein. Hehehe, hast du gedacht, ne? Uh, nein! Okay, nochmal, angedutscht! Sauber, sauber, sauber! Nochmal, 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 feste, feste! Ja doch! Nein, nicht bei uns in der Runde! Nein! Nein! Den kriegst du nicht! Jetzt aber, jetzt! Oh Gott, ich hasse mich, dass du weitermachen! Oh, Schatz! Du, kommst hier! Nicht rein! Du Schwein! Oh nein! In die falsche Richtung! Ich dachte... Jetzt komm! Sehr gut, sehr gut! Ich lass ihn rein, ich lass ihn rein, ich lass ihn rein, ich lass ihn rein! Oh! Aber ich mach ihn rein! Okay, komm! Ich wollte, ich wollte springen und bin wieder drunter durchgebrüßtet, ich voll vollsten! Guck das mal an! Guck jetzt mal! Und? Und? Ich vertue mich auf den Weg! Getroffen ist getroffen! Voll dringend! Und? Oh! 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 Ich weiß was, was? Ich bin hinter dir gefahren und die Akku mal noch zu blocken, aber die war zu langsam! Guck mal! Guck mal jetzt, guck! Die war zu langsam! Du rast! Ja! Ja! Ballkamera, wie ich dich verabscheue, ne? Ah, schade. Hättest du ganz gut reingebracht. Boah, Stone, ne? Yes. Wollen wir nur einmal? Irgendeine Revanche? Ach, einmal noch. Wird eh nicht. Ja, das müssen wir mit Stone und ich miteinander. Dann hätten wir sogar alle mal zu. Ja, dann machen wir es so. Dann machen wir noch einmal bereit. Wir gehen orange. Dann gehen wir orange, okay. Wir gehen alle orange, okay? Hallo orange. Hallo orange. Heute nicht mein Tag ist heute nicht mein Tag. Ah, guck mal blau, ja? Ja, ich bin blau, glaub ich. Ja. Bei der Map kann ich das auch ganz verstehen. Ich denkst du, du musst. in dem Ding. In dem Ding. In dem Ding. In dem Ding. Dex ist nur immer blau, das ist es. Ja. Lebenszustand. Mist. Fuck. Oh, verdammt. Zu weit oben. Nein. Keine Antor. Keine Antor. Mist. Das wird schon. Boah, das ist so richtig paramil, wenn man im Hintergrund immer schon den Turbo hört von jemand anders und ich weiß, wer das ist. Der eigene Fremdung. Bamboy. Nein! Nein! Ja gut, dass er daneben schießt. Kann ich am Tor? Mann, ist das so! Oh, das ist doch. Nein, ich bin daneben vor Ort und nehme mein Tor auf. Ja, ich bin drunter her. Ja, ich bin drunter her. Ja, ich bin drunter her. Ich wollte es nicht dran, ganz ehrlich. Oh man, das ist mir jetzt nicht getroffen! Blöder Stein. Oh Gott, oh Gott. Das ist so ne alte Hexe. Der Posten ist an mich hier vergeben. Ja, 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 jetzt spring irgendwie rein. Sorry! Nein, ach! Hab das immer sich überlegen. Lässt ihn durchgehen und der nächste Nacht hin? Aber danke Gravy, ich hätte niemals reinbekommen. Aber ich soll ihn auch nehmen. Ah, die Chance gleichheit. Jetzt ist es wieder neu. Hey Gravy! Hallo! Der kommt böse! Mann! Super! Scheiß! Perfekt! Winze Eck! Der kommt böse! Immer noch! Aus! Böses Gehen! Aus! Echt mal! Ich hab keinen Boost! Ich hab keinen Boost! Ich hab keinen Boost! In der Abstand zu fahren! Häpp! Das war ne Kacke, ey! Nochmal! noch mal platzig ob die wohlfahrt weg 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 schrottkiste nein nein ich glaube du hast noch einen scheiß nitro vor meiner nase ich bin extra weggeschwungen verzeihung ups yes was rief kriegt ihn jetzt noch mit seinem flügel da oben druck oder so mit seiner antenne peitsche den ball noch raus rief 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 ich rief 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 Du, verdammt, danke. Ich bist nicht du mit dem Scheißball hier! Hab ich? Nicht! Niemals! Oh, ich war der Wandel. Au! Ravy! Was du kannst, kann ich auch. Mist, komm, wir schaffen das schon. Merkst du, wie die zittern? Vor Angst. Scheiße, nein! Jetzt bin ich verkackt. Nein! Nein! Jetzt, eh, jetzt auf einmal kann er dribbeln, ey! Jetzt kann er auf einmal hier einen auf Nalo machen, oder was? Aber ich muss echt die 2 gegen 2 aus, wenn man ganz anderes ist wie jetzt 3 oder 4. Du hast viel mehr Freiraum, um daraus Sachen auszuprobieren. Aber du kriegst auch viel, viel öfter einen Ball hinten mal rein, weil du da keiner... Ja, aber du kriegst ja in 3 gegen 3, da hast du ja keinen Platz, um mal was aufzuprobieren, weil du ständig irgendjemand dich wegbrüßt. Mach die ja doch hier auch! Ja, bei den Gegnern hast du das ganze nicht so raus. Das kannst du auch probieren. Ja, wie? Komm, bleib oben! Ach, schade. Nein, 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 so geht das auch so gut. Der Turbo für dich cool. Springt ihr mal? Okay, Leute, das war eigentlich ganz gut. Hat mich gefällt. Gut. Das war's dann auch für heute. Dann sage ich mal, tschüss und bis zum nächsten Mal. Adios! Bis dazu! Bääääh! Hasta da visitar, baby! Bebe! Vielen Dank.